Musik Guten Morgen, liebe Klasse 1a. Guten Morgen, Frau Maja. So, jetzt können wir mit dem Unterricht anfangen. Ah, nee, doch nicht. Ich habe ein Buch vergessen. Ich gehe es schnell holen. Yay! Yay! Was ist denn hier passiert? Ups, das war nur aus Versehen. Hahaha. Jaaa. Jaaa. Das war ein Buch. Vielen Dank.